Ich bin der Nazare Reswan, ich komme aus Afghanistan und bin 16 Jahre alt. Ich bin der Michael-Lagels-Dürfe, komme aus München und bin 20 Jahre alt. Ich habe zwei Jahre die Hauptschule Grünburg besucht und jetzt am 3. September habe ich die Lehre bei Pissling angefangen. Ich habe jetzt im August das 4. Jahr angefangen. Es war auch so wie beim Reswan. Am Anfang habe ich mich als Maschinenbautechniker beworben. Sie haben gesagt, als Mechatroniker wäre es für uns besser. Ich war vorher in der Schule und nach einem Neuchtel haben sie angeworfen und gesagt, ich bin aufgenommen. Sie haben mich gefragt, ob mich Mechatroniker interessieren würde, weil das könnte man super brauchen. Und ja, jetzt bin ich weiter. Beim Pisslinger in erster Linie und dann Standhaltung für die ganzen Maschinen, Warten, Reparaturen machen und selber Sachen herstellen, die man braucht, wie zum Beispiel einen Lagersitz, elektrisch alles in Standhalten, Programmieren, Maschinen programmieren, eigentlich alles. Ich bin am lieben in der Schlosserei. Die Abwechslung taugt mir, dass ich jeden Tag was Neues habe. Man lernt nie aus, bei uns jeden Tag ist irgendwas neu. Von herrichten oder warten. Und am anderen Tag macht man das Drehen, das Schweißen, einfach so irgendwas herstellen.